Ich bin Dennis Jackson, 30 Jahre alt und jetzt der Coach vom FIFA Team bei 96. Ich spiele FIFA auf der Playstation 4. Ich wurde mal Deutscher Meister, ist schon ein bisschen länger her. Meine Ziele sind, die Jungs gut zu coachen, dass sie bestmöglich auf die Turniere vorbereitet sind und hoffentlich auch Titel holen. Ich komme ja von hier, ich fände den Verein super und vor allem bin ich froh, dass der Verein auch voll hinter dem Projekt steht und uns zu den Bestleistungen pushen möchte. Das ist Vöhlkrug tatsächlich, der spielt selber gerne FIFA und ist gerne eingeladen mit uns mal eine Runde zocken. Ibrahimovic.